Neubau saniert mit Fahrstuhl, Wärmedämmung, Zentralheizung, Zentralwandwasser, ganz oben 6. so gehen, rosadieren im Katafonbereich mit Kammer, Wohnung mit Laminat ausgestattet, schön sind wir zwei Regier geeignet, ja zwei gleich große Schlafzimmer, und am Ende der Wiese eine große Kammer. Machen wir euch jetzt erstmal ein Wohnzimmer an, weil wir haben heute Glück mit der Sonne, und das im Herbst scheint sie mal einfach nur Weltklasse heute. Aber nach drei, vier Wochen Regen, mal ein bisschen wieder Sonne, ist ja auch nicht das schlechteste. Superhelle, Wohnungen, Krankenwagen fahren natürlich auch hier lang. Wegen. So begin... Oh, Schonmal einen Blick von der anderen Seite, findest du sehr seltsam, Wohnzimmer, Essseitig Heiß-Nachmittagssonne, Superhell-Wohnungen stehen morgens mit der Sonne aus, den Abend mit der Sonne im Wohnzimmer sozusagen ins Bett. Gehen wir gleich mal gegenüber das erste kleine Schlafzimmer. Zwei Gleichmöse zum ruhigen Innenhof. Ostseitig, das heißt morgens im Sommer, wenn hier hoch geht die Sonne, haben sie richtig hell. Zwei Gleichmöse zum ruhigen Innenhof. Blickfensterseitig. Hier also morgens zum Aufstehen die Sonne. Zwei Gleichmöse Schlafzimmer. Und dann geht's zurück zum Dealen in den Obenbereich. Und dann unten rechts das zweite Schlafzimmer. Sie sehen trotz, dass es ostseitig ist. Superhell. Superhelle Wohnungen. Schöne Drei-Zimmer-Wohnungen, zweier Weg geht auch nicht, weil zwei Gleichmöse Schlafzimmer sind. Und so ruhig zum Innenhof zeige ich Ihnen gleich noch aus der Küche. Und dann geht's wieder zurück zum Dealen in den Obenbereich. Richtung Ausgang, Hosediele mit Kammer. Hier links, den Garderogenbereich. mit Ablage oben. Hier gibt's jetzt die Küche. Küche zum ruhigen Innenhof, also Ostseitig morgens mit der Sonne Frühstücken in der Küche. Die Küche hat große Fliesenfußboden. Hier kommt auch vom zu beruhigen Innenhof. Waschmaschine ist in der Küche. Die Küche. Die Küche werden nochmal überarbeitet. Küche. Die Küche macht genau den Fliesenfußboden. Die Küche. Die Küche ist hier E-Herz und Gasherz. Mit Spüle und Maschmaschinenanschluss. Dann haben wir hier wieder den Garderogenbereich. Oben mit der Ablage. Die Küche ist hier E-E. Dann haben wir hier das Wallen, das Wallenbereich. Und dann haben wir das hier E-E. Ist hier die E-E. Ja. Ich 삼m ihn auch schon wieder durch. Danke für die Zuschauer und euch. Ein schöner Nachmittag, schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Danke schön. Tschüüü.